Hallo und herzlich willkommen auf P-Line's Kanal. P-Line fragte mich, ob wir nicht mal wieder ein Video zusammen drehen wollen. Darauf hatte ich keine Lust. Deswegen seht ihr jetzt eine kleine Zusammenfassung von meinem wunderbaren Hundeleben. Viel Spaß! Ich stehe morgens immer sehr früh auf, weil mein Frauchen vor der Arbeit unbedingt mit mir Gassi gehen will. Danach kriege ich Futter und lege mich wieder schlafen. Wenn der Rest der Familie aus dem Haus ist, gehe ich meinen Hobbys nach. Darunter gehört zum Beispiel auf meinem Knochenkauen. Aber bloß nicht zu viel abkauen, denn ich möchte noch ein Weichen mit meinem Knochen vor Gästen angeben, damit die schön neidisch werden auf meinen Knochen. Ich schreibe auch gerne mit meinen Freunden über die neuesten Trends und lästern über unsere Herrchen und Frauchen. Ich schaue aber auch sehr gerne Fernsehen, wo ich oft dabei einschlafe. Lesen tue ich auch sehr gerne, aber ich kann nicht lange konzentriert bleiben, weswegen ich erstmal eine Runde joggen gehe. Oft ruft mich auch mein bester Freund Murphy an und wir unterhalten uns eine Weile. An manchen Tagen sehe ich echt verdammt gut aus, weswegen ich dann Bilder von mir auf Instagram poste. Oh, und Musik höre ich gerne, aber bei manchen Liedern frage ich mich, ob die Sänger noch alle Sinne beisammen haben. Wenn dann Frauchen oder Pilan wieder nach Hause kommen, wird meistens der Kamin angemacht. Da könnte ich Stunden vorsitzen. Oftmals liege ich aber einfach davor, lasse mir das Fell wärmen und mache ein Nickerchen. Ja, so sieht mein Alltag aus. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in mein Leben geben. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Pfote nach oben freuen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, Pilan kostenlos zu abonnieren. Dann würde ich sagen, schaltet nächste Woche Samstag ein, wo Pilan so ein 10-Arten-Video hochladen wird. Bis zum nächsten Video. Oder so. Bis zum nächsten Video.